hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge es ist 19 auf der Hof Bergmann. Sooo Dillee! wir wollen hier am Fahrt mit umfüllen und dann sputen wir eine Radegurtstrahle noch machen und dann mal gucken wie viel noch drin ist nn-ge-dings-onkey-dongs Okay. 12k sind noch drin, das den noch mal voll machen und dann hat er noch mal halb voll. Den und dann noch eins sozusagen als auch. Dann müssen wir noch dreimal Dingsbums holen, dann haben wir es. Ja, ich soll durch die Straße gucken. Jetzt sind die Hose. Warsehendes Wort ist. Ach man, heute ist echt nicht mein Tag. Wo ist denn der hier? Den Schlepper komm ich durch und sagen, dass das Ding ist, das hat man irgendwo dann der Meinung, dass das Ding nicht korriert. Okay. 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 Ok. So, let's go. 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 So. So, let's go. 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 Und daher haben wir von vorne was gäbe es nicht gemogen. So, dear. 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 So, weiter geht's. Nächste Ladung. So, dear. 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 Ich muss das hier nicht mehr stoppen. das ist jetzt die zweite glaube ich passt wieder guck dir noch mal bevor irgendwie was so 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 eine Ladung noch so und jetzt haben wir erstmal alles drin was wir brauchen für das Gensprungs so 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 Ja, wohl schon cool. Bin doch höher. Aber ich gänge erst mal gegen Bogen. Bei kann man mal machen. Also damit nur wieder zu quatsch vor, bis hier lang. Soll ich ihn. Soll ich ihn. Soll ich ihn. Soll ich ihn. Na komm. Bei uns ist hatte ich hier. Soll ich ihn ich. Sootelie! Na komm, gib Gummi hier. Wir haben doch keine Zeit. Ups, da war ein Schuld. So, da war das Signal, dass wir am folgenden Ende angekommen sind. Würde ich mich für euch verabschieden. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen da und ich bin raus. Bis zum nächsten Mal.